Es ist interessant, dass er anscheinend dieselben Fähigkeiten hat. Ist es schon wieder geschlossen? Lian von Alvensleben. Schlachthof und Fleischverarbeitung. Dritter Bezirk. Wer ist da? Sie werden Antworten auf ihre Fragen erhalten. Ich würde da auch nicht hingehen. Fuck das. Meat Grinder. What? Ich weiß nicht, ob ich das auch kann. No, kann ich nicht. Stay tuned for a portable mouse, not off of your employer. Das ich Besuch gehabt habe, ist einige Zeit her. Ich bin begeistert. Sie traurig an, er hat ja früher einmal ein Testgebiet für das No-Projekt. Neunwickas viel versprechen, die Soldaten und Wissenschaftler mussten meinen Parcours durchlaufen und ihre Eignung für ihren Verwendungszweck zu beweisen. Schauen wir mal, wie geeignet sie sind. Interessant. Machen sie weiter. Oh mein Gott, wirklich. 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 Jetzt habe ich auch noch das Problem, dass ich mich nicht frei bewegen kann. Das ist genau das, was ich wollte. Ich habe definitiv gefehlt in diesem Spiel. Okay. 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 ja dieser minimaler screencheck ist sehr ätzend es wird mir sehr schwer nicht den controller dagegen zu werfen das gibt es doch nicht er weiß halt genau dass ich da stehe obwohl er mich im grunde genommen nicht mal sehen kann ich drehe so durch der mich bringt alles um ja ja Ich habe noch einen SK-NALF, man. Was tötet mich da? Irgendwas scheint im raum in die luft zu fliegen ja mag mir irgendwie mal erklären was weil ich sehe es nicht Die fliegt gar nichts in die luft Die fliegt gar nichts in die luft Ich verstehe es nicht Geht auch 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 Ja anscheinend hab ich Bomben aufgesammelt, die ich dann nie plus benutzt hab war er hat mich mit bewerben denn was mein problem sind geht mit die gegner die offscreen stehen muss jetzt kontrolliert wieder keiner bis zur tür ich liebe das er auch nicht also dann wundern sich leute warum ich der meinung bin das spiel fühlt sich random an es ist einfach so hard random habt ihr gesehen wie sein kollege mich gesehen hat aber er nicht konnte er nur sein richtig spiele wenn du kannst das hier machen aber wer macht denn das so so natürlich hat die axt in der luft weggeschossen muss nur mal anmerken patrouilliert jetzt was jetzt patrouilliert er wieder bis hier ich hasse dieses level so sehr ich schwöre die werden auch immer länger die level es sind immer mehr mobs so so das scheint zivil zu sein wenn ich das richtig checke noch mehr c4 rum irgendwo oder will ich nicht hoch das ist sony trap es wäre cool wenn du konstant die sichtkegel von denen hättest was ich bin totaler fan davon dass es hier genau diesen einen weg gibt wie man das machen kann so 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 ich hinterfrags nicht selbst schuss anlage so 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 ich ich verstehe nicht was mit dem typhen da unten nicht stimmt klar klar summer Ah... What the fuck is happening? Das Spiel hat einen Metascope von 83, also muss es gut sein. Ihm ist es aufgefallen. Sein Kollege ist vollkommen... Weißt du, der hier checkt gar nichts. Weißt du was, die Typen mit den Schilden mich absnipen, ist ridiculous. Klar, ich habe mich selbst mit dem Molly getroffen. Also, sorry. Entweder gibt es irgendeine Mechanik, die ich nicht verstehe in dem Spiel oder irgendwas. Das ist... Das ist... Warum? Warum, wenn ich hochschlag, springt er automatisch? Warum? Welcher fucking Kackspast hat sich das denn ausgedacht? Weißt du, dass ich nicht normal hochschlagen kann, ist das Schlimmste. Weißt du, dass ich nicht normal hochschlagen kann, ist das Schlimmste. Ich bin so wütend. Ich bin so wütend. Ich bin so wütend. Ich bin so wütend. Ich bin so wütend, wie Achtup? Ich bin so wütend. Ich bin so wütend. Ich bin so wütend. Fuck Ja, blablabla Blablabla Dies ist der letzte Teil des Nulltests Ein Astronomischer Fehlerquote Ihre Teilnahme war unzerhaltsam bisher Viel Glück Ah, die roten kommen runter, ok Jetzt spielen wir Dance Dance Revolution mit Farben und Boden, der sich bewegt Die Bussetz werden solche Keine Bussetz Die Bussetz Deine Bussetz Die Bussetz Die Bussetz Ihn einschself Die Bussetz Das war's. You fucking kidding me. Ja, natürlich darf ich alles wieder von vorne machen, was so lustig ist. Alkohol bullshit. Meine Fresse. Ich hab grad echt keinen Nerv mehr. Ich will einfach nur, dass es einfach nur noch vorbei ist. Bitte macht, dass es einfach nur noch vorbei ist. Das war's. Das ist nicht euer Ernst, Mann. Come on, ey. Mein Gott, hätte ich ja genauso gut in Hollow Knight Pantheon spielen können. Wäre ungefähr aufs selbe rausgekommen vom Spaßfaktor her. Das war's. 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 This is fucking painful. Wieso bist du so lustlos? Ganz einfach, weil es keinen Spaß mehr macht. Schon seit ungefähr einer Stunde nicht mehr. Und ich es einfach nur noch hinter mich bringen will, weil ich dieses Reben nie wieder anpacken will. Natürlich block das ja. Es ist einfach, es ist einfach. Stell dir einfach fucking Megaman vor. Wirklich das erste Megaman ohne Checkpoint, ohne alles und jede Aktion, jede, jede, jeder Bossmove, alles was das Game macht, ist random. So spielt sich das hier. Jáskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowsk chiffreskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskorskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowskowourgmd ambienteltem qu управления mote en cutuvre. So komplett hat mich anooh mit einer Chance. So will mannen das ganze Welt und ver So point aus comer oder weniger eina leverage. So viel drops So serial es ist einfach nur fertig. haben wir es dann oh come on junge du bist auch nicht lustiger what